Ginrin Kiyuzuri Maruhiro 48 cm Sansai Weiglich Sehr schöner Kiyuzuri, 48 cm ist ein gutes Maß, ist schön gelb und ein gutes Ginrin Kiyuzuri Hat sehr schöne Flossen Wir haben als Flisay gekauft, ist jetzt 3 Jahre alt und kann bis Mai 2019 hierbleiben ohne Helderungsbetrieb Wer hier im Tretter ist, kann sich gern melden Also für die Innenhelderung hat er auch sehr gutes Geld Wird natürlich deutlich intensiver, wenn der in die Sonne kommt, auch vom Schwarz her